Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video von mir. Ja, ich war letzte Woche krank, wie ihr gesehen habt, trotzdem war es mir möglich, beziehungsweise diese Woche war es mir letzte Woche möglich, einige Male dieses Spiel hier zu spielen, und ja, ich fühle mich wieder halbwegs in Ordnung, um jetzt ein Video zu machen, und ich habe dieses Stand-Off wirklich schon lange im Kopf, und habe mir gedacht, jetzt machen wir das mal. Ja, das trifft sich sehr gut, denn beide Spiele ähneln sich in der Kernmechanik, weil es sind ja Deck-Bilder, und ich hatte jetzt wirklich einen sehr guten Eindruck, und habe mir gedacht, cool, da können wir echt ein cooles Stand-Off machen. Und genau so ist es, und ich hoffe, dass euch ja meine Stimme aktuell nicht stören wird, und wahrscheinlich auch ein paar Schnitte drin sein werden, weil ich vielleicht mal eine Pause brauche und noch nicht ganz fit bin. Nichtsdestotrotz gehen wir uns ein, ich habe mir hier einen Spickzettel gemacht, wenn ich nach unten gucke, natürlich, denn im Stand-Off habe ich ein paar mehr Standardpunkte, die wir durchgehen, und dieses Video soll zugleich auch ein Fazit eben sein zu Cthulhu Attack-Building-Game. Ja, also wie im Untertitel auch schon zu sehen, Stand-Off bzw. Fazit zu Cthulhu. Ja, und hierzu habe ich mir natürlich auch einige Notizen gemacht, dass ich ja nichts vergesse. Ich würde sagen, wir beginnen wie immer mit den Standardpunkten, und ich hoffe, dass ich mich da kurz fassen kann. Zur Qualität muss man mal sagen, beide Spiele haben keinen Line-In-Finish, ich glaube, Eon Zen hat auch keinen Line-In-Finish, aber die Kartenqualität ist bei Eon Zen trotzdem ein bisschen besser. Das muss man schon sagen, die Kartenqualität bei Cthulhu Attack-Building-Game ist wirklich das geringste, im Endeffekt, was du haben kannst, sehr dünne Karten. Dann, ja, auch schwarzer Rand im Endeffekt, ja, haben wir hier Full Art, aber die meisten Karten sind sehr dunkel, und weil die Qualität der Karten auch sehr dünn ist, sieht man das gleich, wenn man das ein paar Mal gespielt hat. Bei mir ist es jetzt natürlich nicht so der Fall, ich habe es gleich gesleeved, aber die neigen dann definitiv, dass du die Abnutzungserscheinungen siehst, vom Mischen, wie auch immer, ja, weiße Flecken am Rand bei schwarze Karten, und das geht bei denen hier schon sehr schnell. Das heißt, qualitätsmäßig hat Eon Zen ein bisschen die Nase vorn. Höchste Qualität sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber trotzdem, der Punkt geht definitiv an Eon Zen. Und, ja, wie gesagt, hat mit dem Spiel an sich nichts zu tun, sollte man aber auch, ja, besprechen, wenn ihr euch dieses Spiel hier kauft, unbedingt einsleeven, und ich würde es auch bei Eon Zen natürlich empfehlen, denn bei einem Deckbilder mischt man die Karten wirklich sehr, sehr häufig, und das tut dem nicht gut, wenn man sich ein teures Spiel kauft, und sollte man sich auch die Sleeves dazu leisten. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Einstieg. Ich meine, definitiv beide Spiele sind beim Einstieg eigentlich gar nicht schwer. Regeltechnisch ist Eon Zen vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil die Bosse unterschiedliche, also die sind wirklich sehr unterschiedlich, haben eigene Vorgehensweisen, wie sie agieren. Das heißt, bei der Zusammenstellung der Bosse musst du schon ein bisschen Acht geben, dass du keine Fehler machst, und natürlich dann während des Spiels auch. Da gibt es schon manche, ja, die sind schon ein bisschen komplexer, da muss man Acht geben, was man macht. Und die Grundregeln sind wirklich auch definitiv sehr einfach. Du hast im Endeffekt zwei Währungen, ja, du kannst mit Edelsteine Mana generieren, und dieses Mana dann in deinen Charakter einsetzen, also nicht zwei Währungen, eine Währung, aber es fühlt sich irgendwie an, als hätte man zwei, ja, weil man die übrige Energie in den Charakterausbau stecken kann, beziehungsweise in die Fähigkeit des Charakters. Und ansonsten kannst du damit Karten kaufen oder eben Karten ausspielen. Das ist sehr cool hier, und bei dem Spiel ist der Einstieg im Endeffekt auch total einfach. Ja, also du hast nicht viele Grundzüge, alles was du machen kannst, steht auf den Karten drauf. Was aber cool ist, und zugleich auch ein positiver Effekt, es hat so eine Art zwei Hauptphasen in diesem Spiel. Ja, in einer Phase kaufst du Karten, in der zweiten Phase kannst du dann, in der zweiten Hauptphase kannst du dann aber keine Karten, die du gekauft hast, ausspielen. Ja, das heißt, es ist ein Deckbilder, wo du die Karten gleich auf die Hand kommst, in Handbek kommst im Vergleich zu E.ONS.E.N. Und dann gibt es auch zwei Hauptphasen. In der zweiten Phase darfst du Karten, die du gekauft hast, nicht spielen, aber du kannst dich ausrüsten. Noch nachträglich. Also das ist ganz cool, ist erstmal ein bisschen strange, ist man so nicht gewohnt, aber das ist cool, dass es mal ein bisschen was anderes hat. Wenn man das ein paar Runden gespielt hat, ist es total einfach. Und wie gesagt, verwaltungstechnisch ist es regeltechnisch nicht schwierig. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die Anleitung ein bisschen besser wäre. Also muss schon sagen, die Anleitung jetzt bei E.ONS.E.N. in den aktuellen Fassungen, in den neuen Boxen, ich habe ja die Grundboxen damals, die ist wirklich sehr gut. Und in Cthulhu Detect Building Game ist es schon so, dass sehr viele Fragen aufkommen, weil A, Struktur hat man ein bisschen, ja, aber wenn man etwas nachschlagen möchte, ja, da wird man traurig, weil es liest sich runter wie ein Absatz für Absatz für Absatz. Wenn du aber etwas suchen willst, hast du keinen Index drin. Und obwohl es eigentlich ein kleines Regelwerk ist, brauchst du extrem lange, um diverse kleine Schlagwörter oder so nachzusehen. Ja, bevor du das dann richtig spielen kannst, kommen immer wieder Fragen auf, vor allem durch die Karten. Und, ja, also regeltechnisch ist ein Horror im Endeffekt bei dem Spiel. Da seid ihr hier im Einstieg, weil auch die Regeln ein bisschen intuitiver sind, besser geraten als hier in Cthulhu Detect Building Game. Da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein, denn es gibt auch Printfehler hier drin und sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, was das Spiel anbelangt. Also Einstieg ist auch in Eons End besser. Ja, dann Thematik. Für mich, also das ist schwierig bei beide Spiele, denn für mich hat auch wieder Eons End eigentlich mechanisch gesehen die Nase vorne. Definitiv, weil das ein großer Pluspunkt ist, dass das Spiel strategischer ist, die Bosse viel unterschiedlicher und jeder Boss eine Eigenart besitzt. Bei Cthulhu Detect Building Game haben wir auch sehr viele Bosse, die sich aber von den Fähigkeiten her dann nicht wirklich unterschiedlich im Gegensatz zu den anderen anfühlen. Ja, also so gut wie jeder Boss lässt er am Anfang, wenn er dran ist, immer Kreaturen spawnen und ja, dann macht er etwas mit dem Sanity, lasst zusätzlich etwas spawnen, lasst eine Karte ziehen und so weiter. Das ist ziemlich simpel. Während wir bei Eons End, ich empfehle euch da auch meine Let's Plays dazu, schon Bosse haben, die dann mal wirklich hart eingreifen in eure Spielmechanik. Gibt es zwar hier auch, aber nicht in dem Umfang, weil die auch selber eine eigene Mechanik besitzen. Ja, der eine frisst die Einkaufsauslage leer. Wir haben hier zwar eine Einkaufsauslage auch, die sehr dynamisch ist, das heißt klassisch eine Art Auslage, die immer wieder erneuert wird. Und Eons End habt ihr immer die gleiche Auslage vor euch, was natürlich auch strategisch ist und es gibt Bosse, die fressen sich da durch. Dann das letzte Let's Play, das ich mit meiner Frau gemacht habe, so eine Art Traumwandler. Ja, da geht er in so einem Art Kreis und spielt Karten aus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der Boss, der erste Boss hier drin, ist auch schon ganz cool. Der Rage Sporn, glaube ich. Ja, wenn ihr den dann auf hart spielt mit seinem Strike Deck und so weiter. Ja, die haben dann eigene Decks, wie sie agieren. Und das hat Cthulhu nicht. Ja, und von daher finde ich, für mich persönlich gesehen, mechanisch, thematisch, Eons End viel, viel stärker. Ja, weil auch die Bosse viel lebendiger und viel mehr Eigenleben besitzen als die hier. Was man aber dem Spiel zugutehalten sollte und wenn man Lovecraft-Fan ist, das Universum generell mag, ja, dann bekommt man hier ein wirklich thematisch sehr geiles Cthulhu-Spiel. Ja, denn Cthulhu-Spiele sollten ja eigentlich nie einfach sein und sollen immer sehr bestrafend sein, weil das soll auch den Horror suggerieren. Und vor allem das Artwork ist klasse. Hätte ich beim Material noch dazu sagen können, aber vielleicht dann noch später ganz kurz dazu. Also das Artwork trägt wirklich zum Flair bei und weil das Spiel eben so swingy ist und so hardcore teilweise ausufert, ja, und du verzweifelnd im wahrsten Sinne des Wortes bist, ist das Spiel an und für sich, für das, wenn man sich etwas mit Cthulhu und Lovecraft kaufen will, bekommst du hier die volle Tröhnung. Ja, das ist schon geil, aber wenn, wie gesagt, wenn du es strategisch thematischeres haben willst, dann definitiv Eons End die bessere Wahl. Also für mich persönlich, ja, wird spielerisch gesehen Eons End den Punkt bekommen, aber das Flair, das das Spiel hier auf dem Tisch erzeugen kann, ist auch einzigartig, ja. Also soll ja nicht wirklich ein Gegeneinander sein, ist ja nur ein Vergleich. Also da sind schon eigentlich beide Spiele sehr geil, aber jedes auf seine eigene Art und ich hoffe, dass ich euch das gut vermitteln konnte. So, dann, was will ich da als Spieleranzahl? Ja, Eons End habe ich einmal zu viert gespielt, das hier nur zu zweit gespielt. Eons End funktioniert auch zu viert ganz cool, aber bei beiden Spielen bin ich der Meinung, oder nicht der Meinung, ich sage einfach nur, ich spiele viel lieber diese Spiele zu zweit. Ja, weil, ähm, das Spiel hier funktioniert zu viert, hundertprozentig besser als Cthulhu zu viert, ja, weil das hier dann noch chaotischer werden kann und die Bosse dann noch mehr Schaden rausdrücken können. Hat definitiv seinen Reiz, aber gefühlt dauert das Spiel hier, oder kann das Spiel hier, wirklich viel, viel länger dauern und zieht sich auch ein bisschen im Gegensatz zu Eons End. Da spielst du wahrscheinlich schon zwei Partien, wenn es, oder eineinhalb Partien, während du hier noch in einer Partie Cthulhu stecken kannst. Ja, es ist sehr swingig, kann auch schneller gehen, aber ich würde, wenn ich die Wahl hätte, zu viert zu spielen, lieber zu Eons End zu greifen. Beide sind zu zweit absolut traumhaft gut spielbar und, ähm, ja, Solo-tauglich auf jeden Fall. Solo würde ich auch lieber natürlich eher ins End spielen, ihr merkt schon, wo die Richtung hingeht. Das ist auch ganz cool, aber die Skalierung hier drin, die ist wirklich fraglich. Also ich muss mich auch noch, Becky von der Nische, da ein bisschen, ja, referieren, im Endeffekt, Grüße gehen raus, fast du, du siehst dir das sicher an. Ich kann dir da nur beipflichten, ja, man hat eine Skalierung, wie viele ältere Gottheiten im Spiel sind und ich verstehe es einfach nicht ganz, ja, wenn ihr auf Normal spielt, dann ist bei einem Spieler, ein, also ein Investigator, ein Gott da. Bei zwei ist auch ein Gott da. Bei drei ist auch ein Gott da. Jetzt muss man sagen, da sind sehr viele Karten drin, die, wir kennen das Balancing ja, die sich auf die Spieler anziehen, ja, hinweisen. Das machen auch viele Living Card Games teilweise. Ja, sind zwei Spieler am Spiel, also, du bekommst Sanity Schaden pro Spieler, plus eins zum Beispiel, ja, also so wird dann ein bisschen skaliert, wenn du alleine spielst, dann hast du halt einen Schaden, plus eins, ja, Minimum von eins, meistens. aber trotzdem ist das ein bisschen komisch, ja, weil diese Elder Gods auch zu dritt nur einer da liegt und zu dritt gegen einen, das ist dann wahrscheinlich dann schon ein bisschen einfach, würde ich sagen, ja, dann gibt es auch den Cthulhu-Modus, da ist dann dasselbe Schema, 2, 2, 3, 3, 3, ja, 4, 5, 6 gibt es oben, 2, 2, 2, 2. Also das ist ein bisschen eine komische Skalierung, mit der ich selber nicht ganz konform gehe. Wir haben hier natürlich auch so Spieleranzahlkarten, aber ich finde das flufft einfach viel mehr und es wirkt viel gebalanceder und spielt sich zu viert auch ganz gut, aber trotzdem, beide Spieler kann ich nur in Zwei-Spieler-Version absolut empfehlen, solotauglich absolut hier auch. Was sehr cool ist, ich würde empfehlen, das auch Two-Handed zu spielen, ihr spielt zwei Magier, ist aber absolut kein Verwaltungsaufwand, mit einem ist es schon sehr schwierig, ist machbar, definitiv, aber hier zwei Magier zu spielen, ist absolut nicht aufwendig und auch handelbar. Dasselbe könnte man hier auch machen, macht aber wirklich keinen Sinn, ihr könnt es True Solo probieren natürlich, definitiv, ist aber echt nicht einfach, aber Bock schwieriger durch die Zwinglichkeit, definitiv Cthulhu. Ja, und länger dauernd tut das auch, also das zieht sich da eher wie ein Kaugummi als das hier, weil das hier eben eine gewisse Strategie beherbergt, über die man dann nachdenkt und du hier im Endeffekt nachdenken kannst, was du machst, aber dann überhaupt nicht weißt, ob es funktioniert. Ja, also beide Spiele spielen sich zusammengefasst in jeder Spielanzahl ganz gut, nur hier würde ich wirklich bei zwei Spielern bleiben und auch mehr Zeit einrechnen, definitiv. So, dann nächster Punkt, Kernmechanik. Ja, also beide haben die Kernmechanik Deckbuilding, das heißt, du kannst dir Karten kaufen und die Karten werden dann erneuert. Bei Cthulhu ist es natürlich cool, du kannst dann am Ende des Zuges selber entscheiden, welche Karten ausgetauscht werden, also am Ende der kompletten Runde und dann neue nachgezogen werden, das muss man auch, das braucht man auch, weil da sind sehr, sehr viele Karten drin. Und es ist halt so ein Deckbilder, wo du eine dynamische Auslage hast, das heißt, du weißt nie, was danach kommt, ja, so wie bei Starriams zum Beispiel oder Hero Realms, ganz klassisch im Endeffekt. Hat seinen Reiz, spiele ich auch sehr gerne sowas. Bei Eons End hast du eine permanente Aussage, die du am Spielanfang zufällig zusammenstellen kannst, je mehr Erweiterungen du hast, desto cooler ist das Ganze, das mache ich auch immer so. Und daher ergeben sich da auch immer wieder unterschiedliche Strategien, gepaart mit dem Boss, unterschiedliche Herangehensweisen an den Boss und unterschiedliche Herausforderungen. Und das trägt natürlich hier wieder zur Swinginess bei, wenn man das nicht hat, Karte kaufen, Ende des Zuges werden die Karten erneuert, fertig. Hat auch seinen Spannungsfaktor. Und da würde ich sagen, beide Spiele haben seinen Reiz und hier nochmal, wenn ihr strategisch planen wollt und das längerfristig und dabei mehr Spaß habt, dann müsst ihr zu Eons End greifen. Denn da ist die Kernmechanik natürlich visible. Seht ihr vom Spielanfang und könnt euch dann vorstellen, wie er an den Boss herangeht. Und hier ist es schon sehr glücksabhängig, was man dann sieht. Ja, dann Interaktion. Es sind Koop-Spiele, da muss man natürlich immer besprechen, was macht man und wie geht man vor. Und ich glaube, du hast auch wieder bei Eons End mehr Möglichkeiten. Denn alleine schon, dass du entscheiden kannst, stecke ich die Ressourcen in meinen Charakter, um seine Fähigkeiten besser zu machen. Du hast diese Portale vor dir, gehört auch noch zur Kernmechanik dazu. Diese Portale, die du erst drehen musst, damit du Zauber sprechen kannst. Das ist wirklich auch komplett eigen in diesem Spiel. Du spielst nicht was aus und wirkst es. Du musst es erst eine Runde liegen lassen und nächste Runde wird es gecastet. Der ist natürlich, wie gesagt, strategisch. Und das gefällt mir. Und viele Karten auch mit den Erweiterungen interagieren dann auch mit dem Mitspieler. Du kannst dann Sprüche von seinem Portal sprechen, zum Beispiel. Ja, oder kannst du erst mal speichern oder kopieren und so weiter. Und bei Cthulhu ist es so, dass du generell immer das gleiche Gespräch hast. Auf wem machen wir zuerst Schaden? Ich habe vielleicht so und so viele Ressourcen. Und im Endeffekt war es das. Vielleicht noch den zuerst und dann den zuerst. Aber das Spiel ist teilweise so unfair und swingy, dass es meistens sowieso wurscht ist, wo du den Schaden drauf machst. Weg muss alles eigentlich. Und man diskutiert dann vielleicht, dieses Ad, diese Zusatzminion zum Beispiel, der zuerst, weil der ist zu heftig. Und dann vielleicht noch den Rest Schaden auf den Boss. Oder machen wir gleich die nächsten zwei tot und lassen den erstmal liegen. Es macht eine Weile Spaß, fühlt sich aber bei jeder Partie dann auch gleich an. Also ich finde auch, hier hat E. und Sand. Klar, die Nase vorn. Definitiv. Ja, Widerspielbarkeit. Und da schenken sich beide überhaupt nichts. Also ich werde es dann, wenn ich dann im Fazit eher zu Cthulhu eingehe, beide Spiele sind im Endeffekt unendlich widerspielbar. Und wenn ihr hier schon, hier gibt es ja schon viel mehr Karten als das hier. Der Autor, glaube ich, von Cthulhu ist ja auch gestorben damals. Es wird wahrscheinlich dazu auch nichts mehr rauskommen, vermute ich mal. Und bei E. und Sand habt ihr schon einen riesigen Kartenpool. Und wenn ihr das Ganze zusammen mischt und am Anfang dann immer zufällig eure Karten, eure Einkaufsauslage aufbaut, dann ist das natürlich, ich hätte mir was zu trinken holen können, dann ist das natürlich schon ein unendlich hoher Widerspielbarkeit, weil die Bosse auch so cool sind, auch zwei Schwierigkeiten gerade haben, die Bosse. Es gibt sehr viele Bosse. Ja, einfach toll. Und hier ist es im Endeffekt fast das Gleiche. Wenn du beide Erweiterungen hast, dann hast du eine Einkaufsauslage, die ist ungefähr so groß, wenn du sie liebst. Diese Karten zu mischen ist schon mal eine Herausforderung pur, wenn man denn mit All-In spielt. Ich empfehle euch, probiert es erst mal aus, wenn ihr das Spiel kauft und ihr beide holt, so wie es der Päck gemacht hat. Du hältst die zwei Sets getrennt, was die Einkaufsauslage anbelangt und würfelst vorher aus, per Zufall, welches Set du benutzt. Die Elder Gods kannst du natürlich miteinander verschmelzen, das ist gar kein Problem. Aber ich würde euch da empfehlen, die zwei Sets vielleicht auszuwürfeln. Aber wenn man es ganz crazy will, ich habe es meistens so gespielt, ja, auch alles zusammen mischen. Der einzige Nachteil, den man dann dabei hat, wenn man alles zusammen mischt, ist natürlich der übergroße Zufallsfaktor, aber es gibt sehr viele Karten, die sich auch dann auf andere Karten beziehen oder einige Karten. Und als Beispiel wäre da vielleicht, gibt es so eine Statue. Wenn du die ausspielst, bekommst du zwei Moxies und je nachdem, wie viele Statuen du schon gespielt hast, bekommst du mehr Moxies. Das ist von einem Set und wenn du beide zusammen mischt, dann ist natürlich die Chance, dass du so eine Karte bekommst, viel geringer. Also kaufst du dir die Statue wahrscheinlich gar nicht, weil unter diesen tausenden Karten, ich glaube 500 sind das dann oder so, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du dann mehr hast und du lässt das Item weg. Also das kann euch dann passieren. Es ist wirklich sehr cool, wenn man nur mit einem der beiden Sätzen und spielt, was die Ausrüstungsmöglichkeit anbelangt. Ja und von den Grundwerten her, würde ich mal sagen, hat bei mir definitiv E und Send gewonnen, ganz klar. Und jetzt kommen die Sachen, ich werde mich dann später natürlich noch einmal kurz mit E und Send vergleichen im Abschluss. Und jetzt gehen wir ein bisschen intensiver auf Cthulhu Detect Building Game ein und ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Ja, das Spiel wird mich verlassen. Und ja, ich war am Anfang sehr begeistert. Ich habe da glaube ich schon ein Let's Play dazu gemacht. Und das Spiel ist echt nicht schlecht. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ja, das muss ich erst schon mal sagen. Aber es hat Negativpunkte, die, wenn man schon, die wirklich abhängig vom Spielertyp sind, und beziehungsweise auch, welche Spiele man spielen mag oder Spiele man schon hat. Ja, also wenn ihr jetzt Cthulhu-Fans seid und generell Kartenspiele mögt, ja, oder Koop-Spiele, dann macht ihr hier absolut nichts falsch. Ja, dann bekommt ihr volle Dröhnung. Denn vor allem das Artwork ist, finde ich, fixt mich mehr an als bei E und Send. Und ganz klar hat für mich Artwork-technisch Cthulhu definitiv die Nase vorn, ja. Ich kann euch da vielleicht mal ein paar Karten zeigen, denn ich will keine Bilder einblenden. Ich habe aktuell wenig Zeit dafür, für Schnitte und so weiter, aber seht euch das mal an, ja. Das ist blutig. Das ist ab 18 Artwork und so. Sowas triggert mich, Leute. Ja, das sind nur die Basiskarten. Die Stagger-Karten und so weiter. Das sind nur Basiskarten hier. Da müssten wir aber ganz kurz mal, übrigens habe ich hier auch Inlays reingemacht. Ein selber geklebtes Schaumkern-Inlays. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen schöner machen können, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich verkaufe. Aber es ist natürlich zweckdienlich. Sehen wir uns mal da ein paar Ausrüstungen an, zum Beispiel, ja. Das Artwork hier ist echt geil. Und ihr seht, die Karten sind ja immer schwarz am Rand. Meine waren gesleeved, darum sehen die auch noch so toll aus. Aber die Qualität der Karten nützt sich da wirklich sehr schnell ab. Zu dem Ende habe ich auch Videos gemacht. Könnt ihr auch googeln und euch mal die Bilder ansehen. Aber da haben wir echt tolles, erwachsenes, blutiges, hartes Artwork, das zum Cthulhu-Flair beiträgt. Das ist schon geil. Also, da macht ihr absolut nichts Falsches. Es tut mir schon ein bisschen weh, dass ich es abgebe auch. Aber es hat auch seine Gründe. Also definitiv, von diesem Standpunkt her, es ist ein geiles Spiel. Bevor ich zu den Negativpunkten komme, das wollte ich nur mal gesagt haben. und es ist Cthulhu pure Trönung. Aber das werde ich dann noch mal wiederholen. So. Jetzt habe ich mir da ein paar Notizen gemacht, die ich mit meiner Frau auch gebrainstormt habe und wir überlegt haben, ja, was gefällt uns denn nicht so an dem Spiel. Ich möchte mal noch kurz die zwei positiven Punkte anmerken und dann Negativpunkte, die für die einen oder anderen auch positiv sein können. Ja, also positiv habe ich schon erwähnt, das Artwork. Grandios, super, ja, da kommt Cthulhu Flair definitiv auf. So, und was extrem geil ist, wenn ihr Cthulhu Fans seid, es gibt hier viele, viele neue Alte. Das heißt, habt ihr beide Boxen, habt ihr so einen Stapel an neuen Alten und das hat mir extrem gut gefallen. Du bekommst es dann mit neuen Alten zu tun, von denen ich noch gar nie irgendwas gehört habe, ja. Sonst immer die gleichen Jogs, oh Gott, und so weiter. Und hier gibt es viele, viele neue, die ich noch gar nicht gekannt habe und das ist echt positiv. Ja, wenn man Fan dieses Mythos ist, bin ich auch, ich bin kein Hardcore-Fan, aber mir taugt das Universum. Wie gesagt, dann bekommt ihr wirklich ein geiles Kartenspiel und so viele Alte, glaube ich, hatte ich noch keinem Spiel und das hat mir echt gefallen, die zu entdecken, sich anzusehen. Oh, der ist ja auch cool, wow. Das hat mir extrem gut gefallen und die Vielfalt der Artworks, die meisten Karten sind, die meisten sind nur zweimal vorhanden in den Decks, also man hat sich hier wirklich Mühe gegeben, dass man hier optisch ein Schmankerl bekommt und sich in der Welt auch hineinversetzt fühlt. Also das war das Positive, ja. Und jetzt komme ich zu den negativen Sachen, die mir oder mir meiner Frau nicht gefallen haben, die aber für viele auch positiv sein werden und darum nehme ich dann auch gleich Stellung dazu, wenn ich den Negativpunkt genannt habe. Und zwar, den ersten Punkt lasse ich mal aus, wir gehen zum zweiten Punkt, große Alte sind oft viel zu eintönig. Ja, das kam uns echt so vor, denn das Spiel kann sich aufgrund der Karten Kombos, die sich bilden, auch extrem in die Länge ziehen. Und es ist echt oft so, dass sich die Fähigkeiten der Alten nicht alle, aber meistens nur auf Grundschaden beziehen, Gegnerspawnen beziehen, Sanity-Schaden beziehen. Manche lassen dich Karten abwerfen und so weiter, aber gefühlt, gefühlt ist es immer fast das Gleiche gegen wem du spielst. Und es fühlt sich halt so an. Und wenn man das vergleicht mit Eons End, ist das absolut nicht der Fall. Die Bosse gleichen sich da gar nicht. Ja, weil die haben ein Eigenleben, ein eigenes Deck, ein eigenes Verhaltensteck und man hat sich wirklich Mühe gegeben, für jeden Boss eine unterschiedliche Verhaltensweise auszudenken. Und weil hier auch mehr Karten im Umlauf sind, finde ich, während du spielst, ist da auch mehr möglich, ja, bei Eons End. Und das hat uns erstmal nicht so gefallen, weil, wie gesagt, die Bosse gefühlt können nicht viel, ja, kann ich mal, müsste ich mal gucken, wo die trinken, wo ich die, in welche Box ich die reingegeben habe. Weil, das wäre natürlich schon interessant, würde ich sagen. Aber ich habe da alles sortiert weiter. Schauen wir mal, da haben wir die Mythos-Karten. Mythos-Karten sind übrigens die Karten, die man zieht, wenn die Boss-Aktivierung stattfindet, damit zu den Bossen dann ein Random-Faktor natürlich dazu kommt. Schauen wir mal, Library-Karten. Da haben wir es doch in der anderen Box drin. So, aber da werden wir kurz mal öffnen, denn ich will das ja auch ein bisschen untermauern, ja. So, also. Ah, hier. Hier haben wir es. Okay. Also, ihr seht hier, das hier, haben wir noch Mythos-Locations dazu. Das hier sind alles neue, alte, ja. Und das sind viele, wenn man beide Boxen hat. Und Mythralla sagt zum Beispiel, er beschwert spielanzahlmäßig natürlich Hunde, also seine Hunde, jede Runde, jede Aktivierung und Equipment Cards Moxie has healing are reduced by two. Ja, also ganz einfache Fähigkeit, die Heilungsfähigkeiten der Moxies wird reduziert. Dann Cthulhu selber, von dem war ich total enttäuscht. Ja, dazu, den hätte ich fast vergessen, wollte ich ja auch was sagen. Also, wenn Cthulhu ins Spiel kommt, das ist er, da erwartet man doch, dass er jetzt eine heftige Fähigkeit drauf hat oder so. Meistens in den Spielen ist es ja doch auch so, dass man dann immer wahnsinniger wird oder dem Wahnsinn schon einherfällt. Aber der hier, für jede Karte, die du ausspielst in deiner Combat Phase, bekommst du einen Sanity Schaden. Der macht gar nichts, das heißt, jede Karte, die du spielst, gibt dir einen Wahnsinns Schaden. Das ist schon heftig. Das ist übelst heftig. Aber ich war da enttäuscht davon, dass er nur eine passive Fähigkeit hat, die dazu führen kann, okay, jetzt habe ich nur mir zehn Schaden. Wenn ich sechs Karten spiele, zehn Sanity, wenn ich sechs Karten spiele, bin ich auf vier. Das mag vielleicht manchmal spannend werden, aber ich finde, ich war da enttäuscht davon. Ja, komisch. Oder Neuralu Tab zum Beispiel, in jeder Kampfphase spawnt er zwei zufällige Minions. Der ist wieder lustig, denn wenn du alle beiden Boxen kombinierst, dann spawnt er zwei zufällige Minions aus der Box raus. Also den fand ich schon lustig. Der kann aber auch aufgehoben werden durch einen Spieleffekt, was dann das Ganze negiert. Dazu gleich mehr. Oder hier zum Beispiel Hastur. Jede runde Spieleranzahl Dämonen spawnen. Sicher, ihre Minions können natürlich dann ein bisschen was anderes haben, andere Fähigkeiten. So agieren die. Aber der hier beschwört wieder seine Tapirs, der Gdalpa. Dann wird die Mythos Location zerstört. Alltag nachher. Tarantulas do double health damage each combat phase spawn one tarantula. Also es bezieht sich immer auf Schaden, Sanity oder ja, gegen den Spawn. Ich hoffe, es kommt rüber. Es ist nicht so, dass ich mir denke, das ist jetzt wirklich schlecht. Ja, aber es ist jetzt nicht so wie bei Eons End, dass du dir denkst, wow, der Boss ist aber jetzt cool. Der hat mal komplett neue Idee, wie der funktioniert. Also da ist es wirklich der Fall, dass es einhergeht, dass ich so viele andere Kartenspiele habe, die in dem Punkt eigentlich variantenreicher und interessanter sind. Und von daher ja, müsst ihr wissen, dass das der Fall sein wird, wenn ihr diese Spiele kauft. Und da definitiv auch ihr uns Ende im Endeffekt die Nase vorn. also große Alte zu eintönig. Ja, also ich möchte nicht sagen, dass es alle sind. Ihr habt es gerade gelesen, manche gibt es, die haben andere Fähigkeiten, aber aufgrund des Wordings und so hat man immer das Gefühl, man spielt das gleiche Spiel. So, dann ja, kommen wir gleich zum Punkt, den ich vorher übersprungen habe und zwar zu Swingy. Wer es mag, der findet es gut. So, das ist eigentlich der größte Punkt, ich muss den gleich am Anfang oder hätte den am Anfang bringen können. Ich glaube, hier könnte man sagen, das ist wirklich Swinginess das Spiel. Ja, also so hätte man es nennen können auch, weil du hier teilweise absolut nichts mit Strategie am Hut zu hast. Du hoffst irgendwie, dass du diesen Wahnsinn, der auf dich einprasselt, überlebst. Das ist eh ganz cool, keine Frage, aber das Spiel kann dich so hart bestrafen, dass du in der nächsten Runde tot bist, obwohl du es gar nicht erwartet hast. Im gegenseitigen Fall kann das Spiel durch verrückte Karten-Kombos auch so eintönig werden und so einfach werden, dass du das Spiel so einfach gewonnen hast, du dich aber gelangweilt hast dabei. Und das liegt daran, da ich gesagt habe, die alten sind, kommen mir ein bisschen zu eintönig vor, ja, aber du ziehst auch Mythos-Karten und diese Mythos-Karten in Kombination mit den alten und mit den Locations, die dann mit Horror & Dunmage dazukommen, die ergeben dann quasi eine Dreier-Synergie, die immer zufällig ist, weil die Chance, dass du das gleich ziehst, immer anders ist. Das ist natürlich schon ein cooler Faktor, aber da kommt jetzt der nächste Punkt, und zwar Sieg und Niederlage sind mit der Zeit zu eintönig. Und genau das, Leute, war eigentlich der Hauptgrund, warum wir dann gesagt haben, okay, wir verkaufen es, weil entweder verlierst du in dem Spiel gnadenlos, oder du gewinnst haushoch. Wie gesagt, es liegt an den Kartenkombos, wie die auftauchen. Ein Beispiel in der letzten Partie, die der fast zum Überlaufen brachte, war, ich glaube, Neralo-Tab heißt er, den ich vorher gezeigt habe, der spawnt jede Runde zwei zufällige Minions. Und dann kam, wie der Zufall auch so will, und wir haben alles zusammengemischt gehabt, und wie es der Zufall so will, spawnt ein Behemoth. Und der Behemoth hat die Fähigkeit, bevor alle Minions aktiviert werden, frisst er alle Minions und wird selber stärker. Aber er kann nicht angreifen. Das heißt, Neralo-Tab spawnt zwei Behemoth frisst. Nächste Runde, Neralo-Tab spawnt zwei Behemoth frisst. Jetzt musst du halt hoffen, dass die Mythos-Karten, die du ziehst, das Spiel ein bisschen abwechselnder machen, aber dadurch, dass keine Bedrohung dargelegen ist, haben wir den so einfach besiegt, das war einfach nur schlecht. Und ich weiß, wir haben es ja schon öfter gespielt, es ist da eine Karte drin, oder es gibt zwei, drei Effekte, da kann der Behemoth dann angreifen. Auf einmal spawnen keine Summons mehr und dann hat er nichts mehr zu fressen und statt dem Fressen greift er an und er macht einen One-Hit, garantiert einen One-Hit auf einen Investigator und der frisst sich so schnell hoch, dass du so viel Schaden kannst du am Anfang gar nicht zusammenbekommen. Also gehst du immer auf den Boss, logisch weißt. Und du weißt, dass dieser Punkt kommt. Du weißt, dass diese Karte gezogen werden kann, oder das ausgelöst werden kann und dann sind wir am Arsch, wahrscheinlich. Weil alleine dann weiterzumachen ist schwierig. Also dann, und das ist genau der Punkt, am Anfang ist es extrem lustig. Also die ersten Partien denkst du ja, boah, die Swingen, die Swingenest des Spiels hat echt seinen Flair. Das ist sogar thematisch cool. Aber nach der x-ten Partie, wo es dann entweder langweilig geworden ist, weil du zu lange auf den Boss reingekloppt hast, der ist so tot und der Behemoth hat zum Beispiel gefressen. Es gibt auch andere Kombinationen, nicht nur den Behemoth. Es gibt auch eine Location, die gibt dir zum Beispiel für jeden Schaden, den du bekommst, eine Moxie, dann kannst du wieder Schaden zurückgeben. Ja, ja, und dann ist der umgekehrte Fall, wie verliert man heftig? Ich glaube, da war eine Karte, die sagt, du bekommst doppelten Schaden oder so. So irgendwas war das. Ja, dann sofort den Investigator tot, da gibt es mehrere Sachen oder es spawnt unerwartet und das kommt auch ziemlich oft vor, weil du die Karte immer ziehst, irgendwie, es spawnt ein zweiter, ein zweiter großer Alter und dann kannst du meistens die Partie schon streichen, den gegen zwei zu spielen, die dann zwei Mythos-Karten ziehen, die dann crazy Effekte haben. Das ist wirklich sehr schwierig, wenn du Pech hast, ziehst du einen dritten. Oder, genau, wir hätten den großen alten Fass besiegt und dann kommt die Karte, er heilt sich wieder voll. Und wir hätten, haben uns schon gefreut, boah, das wird ganz knapp, wir werden es schaffen, cool, ja, wir werden es schaffen. Und hoffentlich kommt diese Karte nicht, ja, sie kommt, er heilt sich doppelt und wir sind wieder am Arsch. So. Und ich weiß, dass Peggy auch das lustig findet und das cool findet und dass viele Leute das wirklich triggert und es hat mich auch getriggert, weil, das hat so einen epischen Effekt, aber wenn dir das zwei, dreimal passiert, dann ist es nicht mehr lustig und das Leute ist der Punkt bei dem Spiel, ja, es ist echt geil zum Spielen, aber irgendwann wird es langweilig so zu verlieren, ja, entweder Hardcore zu verlieren oder Hardcore zu gewinnen, weil es immer davon abhängt, welche crazy Kartenkombinationen sind da und dann läuft es oder es läuft eben nicht, ja, und gegen beide Seiten kannst du oft nicht viel machen. Hast du mal eine epische Partie, okay, cool, ja, hast du es knapp geschafft, aber auch nur, weil dir eine Karte nicht gekommen ist und so ist es eigentlich immer und irgendwann wird es ein bisschen langweilig und das ist eigentlich der größte Punkt, ich hoffe, ich konnte es rüberbringen, warum ich das Spiel abgeben werde und das mag für viele ja nicht der Nachteil sein, diese Swinginess, die das Spiel hat, kann euch ja voll triggern, wenn ihr sagt, ihr steht auf dieses permanente Hardcore-Feeling, auf dieses permanente, ich mache mir eine Strategie und kann jederzeit voll in den Arsch kriegen, ja, ähm, dann ist es definitiv was für euch und es ist wahrscheinlich auch sogar sehr thematisch, dass du, äh, dass es so wahnsinnig ablaufen kann, weil es einfach ein Cthulhu-Spiel ist, ja, definitiv. ähm, dann der nächste Punkt, durch schräge Kombos, auch langatmig, ja, eben, war auch oft der Fall, das Spiel kann zu zweit auch bis zu drei Stunden dauern, da habe ich da hier schon zwei Partien gespielt, ähm, für das, wie dann das Finale stattfindet, wie gesagt, die ersten paar Mal voll geil, aber dann witzlos, irgendwie und langweilig, ist es mir nicht wert, das Spiel, drei Stunden zu spielen und dann wegen einer Karte zu verlieren und das zum Widenhol der Malte oder einfach nur straight durchzugehen, weil die Karten-Kombo aktuell gerade passt, ja, ähm, leider. Dann, ja, Printfehler gibt es ja auch, natürlich einige und da sind wir eigentlich zwei Punkte, im einen, ähm, nicht nur Printfehler, sondern regeltechnisch sehr schwierig Hand zu haben, Einstieg geht ja noch, aber dann, die Karten, hätte man wirklich, das hat auch Becky vorgeworfen und ich stimme da voll überein, hätten ein besseres, äh, besseres Wording gebraucht und ihr dürft euch dieses Spiel nur kaufen, wenn ihr keine Regelfixer auf dem Tisch habt, ja, weil bei einigen Karten musst du da wirklich interpretieren, wann wird sie genau getriggert, ja, äh, wie spiele ich jetzt aus, wie führe ich die Karte überhaupt durch, ja, das kommt ja sehr, sehr oft vor und da hilft nur eins, äh, einfach das, was logisch am meisten Sinn ergibt, das gleich durchführen, ja, aber definitiv ist das hier vom Einstieg her, obwohl ich vorher gesagt habe, regeltechnisch eigentlich gar nicht so schwierig zu lernen, ist die Abhandlung der Kartentexte schon manchmal sehr aufwendig und schwierig und wie gesagt, nachschlagen im Regelbuch hier könnt ihr vergessen, ja, also das muss man auch wissen, wenn man sich das kauft, ja, und das waren eigentlich schon jetzt zwei kombinierte Regelauslegungen und das war schon ein relativ ausführliches Stand-off, denke ich und klar werden jetzt vielleicht auch viele Stimmen kommen, ja, wie kannst du Cthulhu Deck-Building-Game noch abgeben, ja, Leute, es liegt halt daran, dass es sehr viele andere Spiele gibt, mit denen es sich messen muss und es liegt auch daran des Spielertyps, ja, also ich habe echt nichts gegen Swingy-Spiele, überhaupt nicht, das finde ich cool, eine gewisse Swinginess machen Spiele spannend, unberechenbar, schön, ja, aber das hier ist echt zu Hardcore teilweise, ja, wie gesagt, entweder zieht sich es voll raus, weil die Karten-Kombo passt oder du verlierst witzlos, Anfang lustig und dann halt schlimm, aber warum das hier viel geiler ist, mir gefällt es einfach, dass du hier viel mehr Strategie hast, ja, du kannst dir mit deinem Partner viel mehr Strategien ausdenken, wann spielen wir welche Karte, welche kaufe ich, wie verhält der Boss sich, ja, dann kommen permanente Karten raus, wo du Zeit hast, die wegzumachen, ich habe lange noch nicht alle Bosse durch, aber die, die wir bis jetzt gespielt haben, war jeder anders zu zocken, Käfer zum Beispiel, eine meiner Lieblingsbosse, die Käferkönigin, da hat eine eigene Sport dazu, wo sie Käfer ausschwärmen lässt, du musst schauen, dass du die Käfer wegbringst, je mehr Käfer, desto heftigere Fähigkeiten kannst du triggern, sowas fehlt dir eigentlich, ja, definitiv, das ist ja wirklich pures Luckfest, pures Randomfest, sagen wir immer so, und das muss man mögen, ja, und abschließend möchte ich nur sagen, beide Spiele, absolut geile Spiele, das ist sowieso eine Hall of Fame von mir, und wir hatten mit Cthulhu Deckbuilding Game auch viele, viele spaßige Stunden, aber es wird sich auf Dauer eigentlich nicht halten, weil der Wiederspielwert von den Karten her eigentlich enorm groß ist, wenn du vor allem beide Boxen hast, und, ähm, aber wie gesagt, die Swinginess ist am Anfang witzig, verdirbt dir dann, aber mit mehreren Spielen dann auch irgendwie den Spaß, und diese epischen Effekte werden dann ein bisschen zu eintönig, und immer gleich, ja, das ist mein Kritikpunkt an Cthulhu, aber ansonsten, sehr, sehr geiler Deckbilder, den man sich absolut kaufen kann, wenn man Cthulhu Fan ist, bekommt man hier wirklich ein tolles Spiel, und, wenn man es abkann, dass Planung hier sehr schwierig ist, dann ist das Spiel wirklich was für euch, ich werde es abgeben, definitiv mit selbst gebasteltem Inlay drum und dran, und zu einem halbwegs vernünftigen Preis, ähm, ja, soviel dazu, jetzt, merke ich schon, habe ich wieder ein bisschen Kopfschmerzen, ähm, was wollte ich noch sagen zu dem Ding, genau, na, ähm, definitiv, für mich, Eons End hat da eben die Nase vorn, und, ja, ich kann eigentlich nichts mehr hinzufügen, äh, sage ich gerade, und ich hoffe, dass sie mit dem Stand-Off wirklich viel, viel Spaß gehabt hat, und sei nicht enttäuscht über Cthulhu, ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt wirklich detailliert alles aufgezählt, was es so, oder wie unsere Spieleindrücke so waren, von diesen Games, und klar könnte man es auch mit anderen Deckbildern vergleichen, aber beides sind Boss-Battler im Endeffekt, ja, und, äh, da ist der Vergleich auch schon, äh, sehr gerechtfertigt, finde ich, ja, und das war's, das Stand-Off, schreibt mir eure Meinung dazu, ich weiß, das Spiel ist nicht einfach zu bekommen teilweise, definitiv, ähm, hat aber absolut seine Daseinsberechtigung, wenn man dieser Spielertyp ist, jetzt weiß ich wieder, was ich noch sagen wollte, jetzt weiß ich's, Leute, ha, und zwar, wenn ihr nur eines, so ein beiden kaufen wollt, gibt's auch von mir hier die Kaufempfehlung, Horror in Dunwich, und da hat Becky auch recht, definitiv, weil, ähm, hier gibt's Equipments, die ihr dann ausrüsten könnt, im Endeffekt, ja, Gear-Karten, und es kommen, glaube ich, die Locations dazu, ja, die gibt's noch vorher auch nicht, die bringen auch noch mehr Swinginess rein, und das habt ihr alles hier nicht, ja, also, auch der Sanity-Schaden, Wahnsinn-Schaden, kommt auch mit Horror in Dunwich ins Spiel, hier noch mein Tipp, ähm, ihr könnt, oh, ich hab jetzt vergessen, ich glaube, die Hälfte der Leben abgerundet, weil hier gibt's keinen Sanity-Schaden von diesen Ermittlern, ich glaube, die Hälfte abgerundet, könnt ihr euch eine Markierung machen, dann könnt ihr auch die Ermittler mit Horror in Dunwich spielen, weil es hier noch keinen Sanity-Schaden gab, ja, also, dieses Spiel ist noch sehr straight, und im Endeffekt könnte man schon fast sagen, nackt, ja, und hier kommt noch einiges oben dazu, also, wollt ihr das testen, dann kauft euch doch gleich Horror in Dunwich, da bekommt ihr noch ein bisschen mehr Abwechslung und Swinginess dazu. Ja, und das war's, mit dem Stand-Off, ich hoffe, es hat euch gefallen, war mir echt ein Anliegen, das zu machen, ich schone jetzt meine Kräfte, hoffe, dass ich das Wochen-Recap hinbekomme, ist jetzt schon sehr anstrengend für mich, ihr merkt's auch an der Stimme, und, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, ein schönes Wochenende noch, und ich hoffe, dass ihr auch hier viel Spaß beim Zuhören hattet, und jetzt vielleicht auch eine Kaufentscheidung treffen konntet, beide Spiele sind wirklich schon lange am Markt, meins ist noch zu haben, aktuell, wenn das Video hochgeladen wird, und, ja, ansonsten, wenn ihr es haben wollt, einfach eine E-Mail schreiben, meine E-Mail steht unter den geschäftlichen Anfragen, bei meinem Kanal Infos, und lasst mein Abo da, ihr könnt mich auch auf Patreon unterstützen, wenn ihr wollt, und da wird es definitiv beim 3000er dann eine kleine Verlosung geben, wenn ich die 3000 Abos schaffen sollte, und eine Roomtour wieder, da muss ich dann wieder zusammenräumen, das wird lustig, ja, das war's, bis zum nächsten Mal, euer Austrian Board Gamer, Ciao. Ciao.